Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Castle Crashers. In dieser Runde spiele ich den Giftmagier. Habe ihn auch ein bisschen aufgelevelt, aber das hatte jetzt nicht viel zu sagen. So, ähm, es kam ja in letzter Zeit keine Videos, es hat daran gelegen, dass ich kein Internet, also dass ich keine Videos hochladen konnte, weil ich kein Internet hatte. Mein WLAN-Stick hat gespinnt, besser gesagt, mein ganzes WLAN hat gespinnt. Gut, dann bin ich jetzt, äh, ja, ich hab jetzt wieder die Angefangen. Gut. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht falsch gemacht und hab irgendwie verpeilt, dass ich das gleiche schon mit ihm gemacht hab. Hab's aber, glaub ich, nicht. Au. Ach, man. Danke, der Riese ist besiegt, endlich. Okay. So, so, ist richtig. Hab mich gerade gewundert, wie ich angegriffen hab. Gut. Au. Autsch. So, die erste Mal werden sie nicht wiederbekommen. Ich überhalte meinen Hund. Also, Hund, sag ich schon. Mein, äh, mein Dino. Er ist mein Liebling. Mein ein und alles. So, komm. Ah, die kackenden Rehe sind auch sehr interessant. Er stirbt endlich. Ja, er trifft mich auch noch so. So, okay. Ich muss mich mal kurz an die Tastenkombination erinnern. Ich hab außerdem umgestellt gehabt und weiß, äh, muss mich mal kurz hier einleben mit den Tasten. So, äh, mein Dino genommen. Schämt euch. Nur ich darf ihn benutzen. So, hier hinten ist die Eule. Das wundervolle Haustier. Und da geht's weiter. Yay. Die Prinzessin wurden entweiter. Das wäre auch nicht, noch nie passiert. Dass sie sofort, dass der Typ sofort angegriffen hat. Das ist die kackende Eule. Schnell runterstellen. Wusch. Wusch. So. Bam. Die Giftwolke. Dann hab ich, glaub, man die noch verloren. Warum auch immer. Autsch. Die mit ihren unendlich weiten Schuss. Sind so nervig. Dass sie einfach so oft da sind. Doch mal die gleiche Waffe. Das ist auch die einzige wichtige Waffe. So, jetzt geht's weiter. Meine Mutter wollte was von mir. Ich hab noch kurz was zu trinken geholt, weil mein Hals ganz trocken ist. Ich hab grad noch ein paar Smile-Parts aufgenommen. Boah. Aber... Hier ist man nicht, der dober Typ. So, das war's mit ihm endlich. Ich hasse diese... Ah, da ist das kacken, der Reh. Ich will dir folgen. Nein, bleib stehen. Schade. Schnell dich. Ich verstehe trotzdem, warum alle Tiere kacken müssen. Autsch. Boah, schrecklichsten gegen aller Zeiten. So, jetzt aber... Jetzt werde ich doch verlieren, endlich. So nervig. So nervig. Habe ich noch einen Lebenstrank? Ja, oder... Womit wechsle ich? Gut. Okay, mit Z wechsle ich. Jetzt hab ich wieder volles Leben, durch den Lebenstrank, der Leben und Leben. So. Schnell alle doben Typen killen. Ey. Lass mich weiter. Ich brauch den Schaden. Nur weil kurz nicht weiß, welche Waffe da drin ist. Die hier. Mehr Magie-Schaden. Aber das bringt mir nichts. Jetzt brauch ich sie wohl, weil ich vergessen hab, dass ich jetzt so angreife. Da ist der riesige Bär. So, weiter geht's. Ich find's trotzdem voll ekelhaft. Okay, man kommt ja noch hoch. Nicht, du Asi. Meine, meine, mein Geld. Ach, man. Lass mich doch mal angreifen. Schrecklichsten Gegner aller Zeiten. Ernsthaft. Und ich mein, die Gegner danach sind schlimm. Also schlimmer als die hier. Alter. Haben wir Kopf abgespalten. Ich mein, die Gegner. So seid ihr. Der darf nicht wegrennen. Nein. Verrückt. Kommt ihr nach oben? Wo ist der andere? Der müsste doch eigentlich auch überlebt haben. Oder? Habt ihr noch nicht getötet. Komisch. Hier kommt der nächste Boss falsch. Ich war alles aufs Essen. Ich hab keine Lust auf Kampf. So, schnell töten einfach. So, da kommt er und stirbt und stirbt. Ey, ich will doch nicht gegen dich kämpfen. So. Ich brauch Leben. Ich konnte, ich konnte grad gar nichts machen. Ernsthaft. So. Ich mach jetzt einen kurzen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich an, äh, wie heißt's? Wieder an dem, aber wenn ich was bin. So, bin wieder da. Ich bin jetzt beim Boss und der dürfte jetzt hoffentlich leichter gehen als vorher. Äh, ich hab zwischendurch noch ein Level abbekommen. So, wie viel jetzt auch wieder? So, jetzt, ich dürfte jetzt eigentlich viel mehr Schaden machen als vorher. So. Gebeam. So, das war's. Ha. Ah, cool. Kann ich jetzt durch? Hallo? Dann kommt jetzt nochmal das Riesenmonster. So, wie immer. Scheiße. Machen, was die anderen Rehe machen. Oder was auch immer. Hirsche. Rehe, würde ich denken. Ah. Gut. Das riesige, nervige Monster im Hintergrund. Mensch. So, ouch. Das dürfte ja hoffentlich jetzt eigentlich schnell gehen. Mann. Du bist re. Okay. Autsch. Gut, da unten ist die nächste Tür. So, jetzt schießen, 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 schießen. Warum auch immer. Ja. War noch in den letzten... War noch in den letzten... War in den letzten... Nicht ernsthaft. Hopps und hopps und hopps und hopps und... Und... Kommt noch eine Tür oder so? Hey. Muss schnell zurück. Lass nicht zurück. Lol. Okay. Schnell hier. Autsch. Au. Gut, dann mache ich jetzt... Dann mache ich jetzt einen Cut für die Folge. Das war's dann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.